Die Eiswürfelfabrik der drei Pinguine läuft so gut wie noch nie. Und das liegt daran, dass sie für ihre Planung den doppelten Dreisatz verwenden. Oft wird dieser auch zusammengesetzter Dreisatz genannt. Man verwendet ihn, wenn der einfache Dreisatz zur Berechnung des gesuchten Wertes nicht ausreicht und zwei Zuordnungen vorliegen. Schauen wir uns dazu doch einmal ein Beispiel an. Zwei Maschinen der Pinguine produzieren in drei Stunden 98 Eiswürfel. Wie viele Eiswürfel produzieren sechs Maschinen in acht Stunden? Zunächst berechnen wir, wie viele Eiswürfel sechs Maschinen produzieren würden, und dann können wir auf die Stundenanzahl hochrechnen. Wir haben hier zwei proportionale Zuordnungen. Je mehr Maschinen, desto mehr Eiswürfel. Ebenso werden mehr Eiswürfel produziert, je länger die Maschinen arbeiten. Zwei Maschinen produzieren 98 Eiswürfel. Teilen wir auf beiden Seiten durch zwei, so sehen wir, dass eine Maschine 49 Eiswürfel in der gleichen Zeit produziert. Multiplizieren wir auf beiden Seiten mit sechs, so sehen wir, dass sechs Maschinen in drei Stunden 294 Eiswürfel produzieren. Nun müssen wir nur noch herausfinden, wie viele Eiswürfel in acht Stunden produziert werden. Wir nehmen das Ergebnis des ersten Dreisatzes und schreiben es zusammen mit der Stundenanzahl als neue Ausgangsgröße auf. In drei Stunden produzieren sechs Maschinen also 294 Eiswürfel. Teilen wir bei beiden Seiten durch drei, so sehen wir, dass sechs Maschinen in einer Stunde 98 Eiswürfel produzieren. Multiplizieren wir nun beide Seiten mit acht, erhalten wir die Eiswürfelanzahl bei sechs Maschinen nach acht Stunden. In acht Stunden produzieren sechs Maschinen also 784 Eiswürfel. Für die Produktion der Eiswürfel verwenden die Pinguine einen Wassertank wie diesen. Der Wassertank hält 48 Tage, wenn zwei Maschinen neun Stunden pro Tag arbeiten. Wie lange würde der Wassertank halten, wenn sechs Maschinen zwölf Stunden pro Tag arbeiten würden? Auch hier können wir wieder den doppelten Dreisatz verwenden, doch dieses Mal haben wir zwei antiproportionale Zuordnungen. Je mehr Maschinen arbeiten, desto kürzer hält der Vorrat. Dasselbe gilt, wenn die Maschinen pro Tag länger arbeiten. Bei einer Arbeitszeit von neun Stunden pro Tag reicht der Wasservorrat 48 Tage. Da wir eine antiproportionale Zuordnung haben, teilen wir auf der einen Seite durch neun und multiplizieren auf der anderen Seite mit neun. Bei einer Arbeitszeit von einer Stunde reicht der Vorrat also 432 Tage. Nun multiplizieren wir auf der einen Seite mit zwölf und dividieren auf der anderen Seite durch zwölf. Bei zwei Maschinen und einer Arbeitszeit von zwölf Stunden würde der Vorrat also 36 Tage reichen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie lange der Vorrat bei sechs Maschinen reichen würde. Dafür verwenden wir den zweiten Dreisatz mithilfe der Ergebnisse des ersten Dreisatzes. Wir teilen die eine Seite durch zwei und multiplizieren die andere Seite mit zwei. Bei einer Maschine würde der Vorrat also 72 Tage halten. Nun multiplizieren wir mit sechs und dividieren durch sechs. Bei einer Arbeitszeit von zwölf Stunden pro Tag und sechs Maschinen würde der Vorrat also zwölf Tage lang halten. Die Produktion ist immer noch voll im Gange. Ist ein Tank leer, so wird er mithilfe eines Schlauchs aufgefüllt. Das Auffüllen von zwei Tanks mit zwei Schläuchen dauert sechs Stunden. Wie lange würde das Auffüllen von sechs Tanks mit drei Schläuchen dauern? Dieses Mal haben wir eine antiproportionale und eine proportionale Zuordnung. Je mehr Schläuche, desto weniger Zeit wird für das Auffüllen benötigt. Je mehr Maschinen, desto länger dauert das Auffüllen. Wir wollen zunächst herausfinden, wie lange das Auffüllen von zwei Tanks mit drei Schläuchen dauert. Wir teilen auf der einen Seite durch zwei und multiplizieren auf der anderen Seite mit zwei. Nun rechnen wir dies für drei Schläuche aus. Drei Schläuche brauchen also vier Stunden, um zwei Tanks aufzufüllen. Dies hilft uns nun wieder bei dem zweiten Dreisatz. Wir teilen auf beiden Seiten durch zwei und multiplizieren mit sechs. Bei sechs Tanks würde das Auffüllen also zwölf Stunden lang dauern. Gut, dass die Pinguine so einen Plan bei ihrer Produktion haben. Fassen wir zusammen. Hast du eine Aufgabe gegeben, bei der du den doppelten Dreisatz verwenden kannst, so ist es hilfreich, zunächst die verschiedenen Zuordnungen zu erkennen. Dann berechnet man den ersten Dreisatz. Das Ergebnis hilft bei der Berechnung mit dem zweiten Dreisatz. Mit welchem der beiden Dreisätze du anfängst, ist nicht wichtig. Es sollte dasselbe Ergebnis herauskommen. Läuft die Produktion denn noch? Fehlt da nicht einer?